Moin, weiter geht's und ich habe geguckt, wir haben noch dreimal den Eisblock. Wenn wir den da wieder so einzeln wegkriegen, dann können wir den anlocken, einfrieren, kaputthauen, ihr wisst ja. Dann darf aber jetzt auch nur er kommen. Ich weiß nicht, ob da noch ein zweiter ist. Ha! Ich hoffe, der Eisblock hält so lange, bis er kaputt ist. Oh! Ha! Schattenkrieger! Ha! Eisblock! So, ist hier noch einer von denen. Noch ein Schattenkrieger. Ha! Guck mal, der Eisblock macht ihm auch Schaden. Im normalen Kampf würden wir den niemals kriegen. Komm! Ähm, ich plündere hier schon wieder einfach. Oh, was? Ach, goldener Schatulle. Gubes Breitschwert, kannst du behalten. Wir wollen einen goldenen Kelch haben. Deinen Kelch nehmen wir auch noch. Sieberkelch nehmen wir auch, ey. Drachenschneide. Okay. Die hängt in so einem coolen Licht. Jetzt stehen wir in einem coolen Licht. Ist das was zu bedeuten, oder? Gucken wir mal. Was ist das? Eine mächtige Waffe mit 190 Schaden. 160 Stärkeanforderungen. Okay. Ich denke, wir versuchen Zweihänder weiter zu skillen, weil wir würden dann eh beides gleichzeitig später bekommen. Wenn man, glaube ich, Kämpfer ist, kriegt man auch für Einhand, dann würden wir noch mitkriegen. Deswegen schauen wir erstmal auf jeden Fall. Geil. Super. Hat sich gelohnt. Worth. Totally worth. So. Wir machen die Disco-Kugel an. Ich gucke nochmal, wo unser bestimmter Kumpel hier ist. Ob der hier sich nur rumtreibt. Wo ist er? Dann müssen wir lieber mit der Armbrust vorgucken, weil es dunkel ist und ich wirklich nicht viel sehe. Okay, ist der wieder tot? Wenn nicht, dann kacke ich mir gleich in die Hose, wenn der Hände in den Baum steht und uns anspricht. Ist weg. Verdammt. Also haben wir ihn wieder gegen das Mikro gekommen. Verdammt. Verdammt. Ich sage nur verdammt. Damit. Bitte, wir brauchen noch ein bisschen für das nächste Level ab. Bitte, bitte, bitte. Bitte, Signore. Si, si. Bitte, bitte. Bitte gebe er uns noch ein bisschen Kegner her. Damit wir schnell Level abkommen. Das wäre wirklich super. Da waren wir schon drin in der Höhle, ne? Klar. Haben wir auch schon aufgeräumt alles. Ja, 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 ja. Und es wären hier vorne nämlich die Minecrawler gewesen. Genau, da waren wir auch schon. Oh, verdammt. Nicht mehr viel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass sie sich da so hinterher rennen, aber... Verdammt. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig, aber... Ich will lieber gut vorbereitet ins Miental gehen, als unvorbereitet. Und dann einfach tot umfallen. Ihr kennt das ja. Also, wir gehen einfach mal hier lang. Hallo? Furcht... Ein... Teil hatten wir hier auch schon, oder? Ja. Wir können doch mal beten. Jawohl. Danke. Ist cool. So, da war ein Warg. Boah, das sind zu viele. Ich kann das wirklich nicht erkennen. Das ist gerade das Tödliche. Wie viele mich von den Viechern gerade verfolgen. Also, so ab wir... An denen vorbeikommen, glaube ich, so nicht, ne? Verdammt. Da müssen wir hier oben lang gehen. Aber ich würde so gerne killen. Das sind... Wie viel? 400 Erfahrungspunkte? Oder 300 pro Warg? Verdammt. Aber das sind vier Stück. Da bräuchten wir vielleicht... Irgendeinen Zauber, wie der so in der Flächenschaden macht. Wir verwandeln uns einfach in irgendwas Starkes, aber haben wir nicht. Wir können uns in einem Warg verwandeln, aber... Oder... Angst wirken. Das... Ja. Hier wird auch irgendwo die Ork-Elite oder nicht? Hm. Was machen wir denn jetzt noch? Ja. Wo gab es nochmal den Stärkegürtel? Das war in der Burg, ne? Aber ich... Ja, das können wir dann machen, wenn wir ins Minental kommen. Also, wenn die Drachenjagd beginnt. Wo geht es hier lang? Zum Leuchtturm. Hier geht es zur Taverne. Wir nehmen den Weg zur Taverne. Nicht das Werk. Bitte einmal einsteigen. So. Ach, da ist auch schon gleich... Der Hof. Ah, und hier unten. Okay. Uah, nein. Dachte schon, es ist vorbei. Ich... Ich gehe schon da wieder fest. Endless Surfing. Ich weiß ja nicht, wie ich das eine Mal das beendet habe. Ich glaube, ich habe einfach das Inventar aufgemacht oder so. Und dann war der Bug weg. Äh, ich gehe jetzt einfach... Okay, der Nebel verschwindet immer. Manchmal ist er wieder da, man muss er weg. Das ist ein bisschen doof. Aber wir gehen jetzt... Kurz schlafen einfach bei Aki in der Maus. Wir haben so viel für den gemacht. Und er ist ja eigentlich auch so ein ganz netter Typ. So. Bis zum nächsten Morgen pennen. Disco-Kugel ist immer noch da. Ne, jetzt ist er weg. Schade. Treue Begleiter. Da ist er. Da ist einer. Ich wollte ihn gerade schon erschießen. Und hier steht auch einer. Ne? An der Treppe. Wo ist die Kacktreppe? Ist die hier vorne? Da vorne ist die Treppe. Da steht auch einer, oder nicht? So, der uns ansprechen würde. Lass mich mal in ein Schwert ziehen. Sonst ist das unfair. Du bist im Vorteil. So, dich klatschen. War jetzt... Aua. Ah. Hätte nochmal einen Feuerstuhl losgelassen. So. Der wäre weg. Und diesen laufenden Vogel holen wir jetzt auch hier. Wo ist er? Komm ran, Junge. Ist er schon hinter der Brücke, oder ist er hier langgelaufen? Ne, ist er nicht langgelaufen. Er ist auf der Brücke. Ist er verschwunden? Wo ist der? Der ist weg. Und warum liegt da noch ein Bandit? Liegt hier noch irgendwas drauf? Ein Waffenbündel? Schaut. Nichts zu holen. Okay. Der liegt da noch so. So. Wir machen's... Hier lang. Ich glaub, hier waren wir nämlich noch nicht. Geht's denn hier weiter? Ah, ha, 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 ha. Wo sind wir denn hier? Okay. Hier stand mal eine Hütte. Die ist abgeplant. Wo? Ach, das ist in Ordnung. Oh, ja. Ja, ja. Die springt so ekelhaft zurück. Ja. Das war ein kritischer Schlag. Mitten in dein Gesicht. So, das reicht aber immer noch nicht. Oh Gott. Guck dir das mal an, wie wenig wir noch brauchen. Das Skelett dampft noch. Und hier? Hier ist nüscht's. Das ist die Hafenstadt. Verkohlte Gebäude. Höhle. Trank. Apfeltabak. Pech. Gold. Und noch ne Truhe. Ähm. Rechts, links, rechts, ne. Rechts, links, links, rechts, 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 links. Okay. Mein Gott, hab ich ein Schwein beim Schloss knacken im Moment. Geht ja richtig gut. Gut. So, jetzt gehen wir hier lang. Gut. Äh, ist hier noch, bitte, lass hier noch irgendwas sein. Wir brauchen nur noch diese paar Erfahrungspunkte. Anscheinend nicht. Und der Suchende, der hier lang lief, ist auch einfach verschwunden. Das ist uncool. Ach. Ah, da sitzt, da steht... Oh, da. Hä? Wir können ihn durch das Gebäude... Warte, da ist ein Suchender. Oh, okay. Den nehmen wir mit. Jetzt. Piu. Piu. Gleich. Gleich. Jetzt. Ha. Easy. Da kommt ein Kumpel von dir. Der spricht uns bestimmt an, hm? Nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Verdammt, der ist gut. Der geht einfach uns aus dem Weg. Ha. In den Arsch geschossen. Piu. Ah, verdammt. Da klappt nicht immer mit dem Ausweichen. So, jetzt können wir die Stärke lernen. Ja. Was ist denn los mit dem? Ist das so ein bisschen so andere Suchender? Penner. Boah, Alter. So, und jetzt teleportieren wir uns gemütlich. Hafen. Klosterstadt. Boah. Alter. Äh. Slapperkraut haben wir nicht mehr viel von, ne? Das sehen wir mal auf. Sumpfkraut haben wir auch noch. Das könnten wir ja Fortuno eigentlich mal bringen. Ne. Torben steht da einfach nur so rum. Meister Torben. Und dann können wir, wenn noch Punkte übrig sind, werden sein. Nämlich acht. Die Ballern war in Zweihand. Dass wir da wenigstens Kämpfer sind. Und dann kommt Meister. Das dauert noch. Aber irgendwann sind wir Meister. Erzähl mir nix. Ich kenne sowas. Er hat doch die falschen Leute gehört. So. Yeah. Tchik, tchik. Watt. Was? 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 Moment. Moment. Easy. Geil. Hey, du. Ich bin bereit für das Training. Ein Paladin kämpft nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mit dem Verstand. Okay. Boah, jetzt kriegst du schon zehn Lernpunkte. Handle im Kampf umsichtig und schnell. Überrasche deinen Gegner. Mhm. Komm wieder, wenn du mir... Gehe nie... Jetzt haben wir einen. Wir sind Kämpfer mit 32%. Und... Wie haupt man also zu? Na, wollen wir hier nicht an sich ausprobieren. Oh, das geht ja schon. Aber so können wir halt gut zuhören. Ja, funktioniert. Sollte okay sein. So, schickes neues Schwert. Insoweit ist alles okay. Drachenjakt. Ach ja, die haben wir auch noch. Die können wir eben noch kurz wegbringen. Geschädte des Schreines. Da müssen wir hinter den... Verdammt. Da müssen wir ja auch noch... Ähm, wie machen wir das jetzt? Rasen wir kurz zum Leuchtturm. Dann schnell zu Sagitta. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwo einen Heiltrank uns kaufen können. Für den König. Hey, du. Mein Name ist Lotharo. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Zeig mir deine Ware. Biep, 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 biep. Oh, wie super, sind wir arm. Vergessen hat er dabei. Südländische Verteidigung. Lehrbuch zum Einhandkampf. Boah, der Doppelblock. 5000. Sollen wir das machen? Wir haben so viel Zeug dabei. Das können wir doch einfach mal machen. Wir können hier so viel jetzt... Ja, weg, weg, weg. Ob ihr halt gute Dienste geleistet könnt? Weckklaube, da behalten wir. Ich glaub, die verschrottet ich aber. Dafür gibt es hier 2000 Erfahrungspunkte. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Und jetzt kommen wir nämlich zu den ganzen Krallen und sowas, die wir hier haben. Die ganzen Szene. Kann alles haben. So. Wir nähern uns den 5000. Ich hätte das Buch gerne. Behalten wir mal hier. Was ausgefallen ist, gibt es nicht bei uns hier. Gibt es nur in Jakinda. Starren kannst du auch haben. Hm. Jetzt haben wir 4000 Gold. Oh nein, Schattenhäufer. Das behalten wir mal. Die sind ja so selten. Oh hier. Den Klimpatsch können wir hier mal auch verkaufen. Warum soll ich denn noch alles kümmern? Ich weiß nicht, was wir mit einem goldenen Kirch anfangen. Bomas goldene Schale. Die haben wir gefunden. Die können wir hier auch zurückbringen. Innerstarte behalten wir auch mal. Stengel-Sumpfkraut. Kannst du auch haben. So. Wir kaufen uns das Buch. Er erzählt alles weiter. Der Doppelblock gehört jetzt uns. Es war viel Geld. Aber ich hoffe, das bringt jetzt ein bisschen was. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Jawohl. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Da muss man auch mal zuhören. Bis dann haben wir es bekommen. Sehr schön. Der Doppelblock. Gut. So. Ja, wir gehen ja schon. Was will der Arbeiter denn? Der ist nicht da einzumischen. So. Wir trinken einen Speed Trunk. Und. Sollen wir kurz noch den Schrein. Den letzten Schrein. Ich denke mal, das musste da hinten sein. Den. Da waren wir noch nicht. Sonst waren wir so gut überall. Aber bei dem Schrein halt nicht. Die Folge wird auch mal ein bisschen länger. Ich habe was anderes gehört. Ich glaube, ich mag jetzt aber sowieso standardmäßig 20 Minuten folgen. Sollte okay sein. So. Voll Gas. Durch den Regen. Aber mal kurz mit Speichern. Naja, der hat ja sonst nichts neues Angebot. Den haben wir schon leer gekauft fast. So. Okay, dann könnte unser Agitif uns noch irgendetwas beibringen. Bei Alchemie. Aber ich will eigentlich nur die Erfahrung. Scheiße. Mich schon wieder erschreckt, Leute. Boah. Die Wicks. Der gröse Mann. Ja. Nein. Sieht doch schwer. Ja, ja. Warte mal. Wir kämpfen jetzt im Regen, Junge. Keine. Zeit. Für. Dich. Und weg. So. Alter. Da habe ich mich wirklich gerade wieder erschrocken. Weil auf einmal geht dieser Bild dann so. Bist du? Und dann. Uncool. Richtig uncool. Ach. Und Jack können wir auch nochmal Bescheid sagen. Dass wir hier seinen Leuchtturm befreit haben. Der alte Knacker, der sitzt ja hier unten, ne? So. Jetzt aber hier mit Vollgas. Lang. Zacki, zacki. Wo ist er denn? Der Schein. Bin jetzt doof. Ah, der ist noch ein Stück hier lang. Ja, stimmt. Hier haben wir die Snap-A-Nein-Fo- In einer früheren Folge gekillt. Der Typ hat wohl doch was ausgefallen. Wir konnten ihm... Wir hatten ja auch diese eine... Nein, der ist das nicht. Schade. Welcher ist das denn dann? Wo waren wir denn so noch nicht? Bei dem hier im Wald? Bei welchem... Welcher haben wir denn noch nicht probiert zu reinigen? Hier unten bei Lobertshof, oder? Dann machen wir das mal kurz. Hafenstadt. Sprechen kurz mit Jack. Ahoy, du Landratte. Oh nein. Es ist nur hier so. Ja. Nein, mein Jung. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren. Und habe so manchen großen Storm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen. Und war lange Zeit Leuchtturmwetter von Corinis. Keine aufregende Sache. Wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritte mehr herangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge. Und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt vergriechen sie sich überall. Auch in meinem Turm. Alter Mann. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, dass sie überfallen können. Sollen sie doch. Da werden sie wenigstens raus aus meinem Turm. Ja, pass mal auf hier. Die Banditen, die in deinem Leuchtturm hausten, sind weg. Ist das wirklich wahr? Endlich kann ich wieder meine Arbeit aufnehmen. Komm doch mit. Von meinem Turm aus hast du einen unvergleichlichen Ausblick aufs Meer. Machen wir später mal. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt kurz zu Lovats Hof und gucken, ob der Schrein vielleicht verseucht ist. Und vielleicht hat Lovat ja auch noch was zu tun. Weiß ich gar nicht. Könnte man auch mal nachfragen. Auf jeden Fall, weil Aki ja auch was zu tun hatte wegen seinem Schaf. Naja, das muss man wissen. Oder müssen wir schauen. Und dann noch mal schnell zu Sagitta. Und dann könnten wir auch schon los ins Minden. Guten Tag. Aufmachen. Der Weißner will deinen Kopf. Ja, ja. Boah, ich kann mich selber retten. Du hörst wirklich zu lachen. Mit deiner Maske. Okay, okay, okay. Hallo? Gut, da müssen wir gleich dieses Zeug saufen. Weil wir das beklemmende Gefühl haben. Ich glaube, da kriegen wir so einen Abzug von unserem Leben. So, du für dich löst. Alles klar. Schweinepriester. Ich geh lieber hier oben lang. Hier ist sie sicher. Was? Schaffen die das? Gut gemacht. So, das war's mit dir. Ja, gut gemacht. Ja, egal. Und schnell nachgucken. Und im Schreien. Schnell, schnell. Ich weiß nicht, wo flug die Schreien. Wo ist er denn? Hier vorne, ne? Ne, wo? Hä? Da. Da ist er. Bitte lass den. Ja. So, das hätten wir jetzt. Cool. Dann können wir die bald auch noch im Kloser abgeben. So, und wie es weitergeht in Gothic 2, sehen wir in der nächsten Folge von dem Spiel. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Auf Gott.